Knorpelschäden müssen nicht unbedingt operiert werden. Es hängt wie bei so vielem von der Ausdehnung des Schadens ab und vor allem von der Ursache. Für uns im Neen Health Institute ist vor allem die Ursache wichtig zu beheben und dann erfolgreich auch den Knorpel. Wenn also Knorpellesionen auf der Innenseite bestehen, muss nicht unbedingt operiert werden. Wir können hier auch mit PHP-Stammzellen mit speziellen Matrix- sprich Folien arbeiten, aber es gilt vor allem die Ursache auszuschalten, weswegen wir eine ganz ganz genaue Diagnose bei Ihnen durchführen werden.